So Freunde, wir kommen eine Woche, bevor das Album rauskommt, zum Song von Jizzes und Bones. Ich möchte an dieser Stelle nochmal wirklich Danke sagen, weil, ja weiß nicht, das Feedback war echt krass. So, ja, Dankeschön, also zum letzten Song von Jizzes meine ich. Vielen, vielen Dank, war wirklich, wirklich krass und sehr positiv und hat mich echt gefreut, dass ich da aus der Community ein paar gefreut haben, dass ich den Weg gegangen bin und anscheinend auch gerade alles richtig mache. Produziert von Krate und Devo, jawohl, Video von Schau und Bones. Was heißt das denn, Schau und Bones? Hat er auch die mit Kamera mal getragen, oder wie? Vielleicht mal so eine GoPro oder irgendwie sowas, ne? Keine Ahnung, kein Plan, könnte auch Bullshit sein. Produktion Hardy, jawohl, Mixmaster von Lex Barky. Wir sind nichts anderes gewohnt. Einziger Unterschied heute Abend ist, das Video ist pünktlich. Wie kann das sein, dass das Video pünktlich ist? Ich brauche jetzt einfach nur auf die Fresse. Also, auf die Fresse Musik. Dann. Lange Syntro, ne? Wer hat da gerade Clubbanger geschrieben? Ich glaube nicht, dass es ein Clubbanger ist. Ich glaube, es geht einfach nur auf die Fresse. Wow, was für Drums! Habe ich wieder nicht mit gerechnet, ne? Habe ich ja überhaupt nicht mit gerechnet. Ich dachte, jetzt kommt so Trap Drums halt einfach, ne? Jetzt ist es halt einfach wieder tanzbar. Hart und tanzbar. Dat ist Jizzes und Bones, ne? Fahr den Coupé. Oh, den Coupé. Ja. Wenn ich will. Von wem war das nochmal? Wenn ich will. Wenn ich will. Wenn ich will. Boah, von woher kommt mir diese, diese... Ist das irgendeine Anlehnung? Wenn ich will. Wenn ich will. War das Kolle? Hatte Kolle mal so'n Song oder sowas? Ne, oder? Bitte bis zum Start dran. Er hat's hier im Lastfahrt. Ich sterbe, ich bin ein Bratmann. Bratmann, Mann. Lass sie rassen, dass wir Spaß haben. Ärger mit den Nachbarn, weil Geld verraten. Ich lauf und rum, wo ich will. Lache Stress mit dir. Von Raff. Ach, daher kommt's mir bekannt vor. Ah, gut, dass ich den Chat geöffnet hab. Ich dachte doch, das kam mir doch übelst bekannt vor. Ach du Scheiße, wie kommt Bones bitte auf den Beat? Oh Gott. Ich lauf und rum, wo ich will. Lache Stress mit, wenn ich will. Hab was Echtes in der Tasche und verletz dich, wenn ich will. Drück aufs Gas und überfache dich mit 100 kmh. Lache Spaß und dann abkratz dich deinem Rest. Alter. Boah, wie brachial klingt die Stimme gerade einfach. What the fuck? Also ich find ja, Jizzes klingt immer schon brutal, ne? Aber Bones, Alter, diese Stimmgewalt. Holy shit. Wo ich will. Lache Stress mit, wenn ich will. Hab was Echtes in der Tasche und verletz dich, wenn ich will. Drück aufs Gas und überfache dich. Da waren sie doch hier in Köln gedreht, hatte ich gesehen, ne? Da waren sie doch hier kurz in, äh, hier, äh, tatsächlich direkt hier unter mir im Studio. Also bei Hatta. Äh, das ist doch, das müsste, ja klar, das ist Kölner Ringe, Alter. Ja, okay, natürlich war auch die Stimme gerade brachialer, weil es war ja auch die Hook. Trotzdem, trotzdem hab ich das Gefühl, ohne Scheiß, bei so, 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 tanzbaren, sag ich mal, so ein bisschen, ne? Es ist ja schon ein bisschen tanzbar, auch wenn es Straße ist, es ist ja scheißegal, es ist ja trotzdem ein bisschen tanzbar. Da find ich irgendwie, Bones fühlt sich einfach, das ist einfach so ein, so ein, so ein Heimding, Alter. Weiß nicht, hab ich so das Gefühl. Kein Plan. Die G-Klasse zu Schrott, wieder keine Zubeten, dicker Regen, das mit Klock, seht euch nie auf der Straße, immer ready, wenn ihr wollt. Was für die, du bist einfach in den Deppich eingerollt, werd verfolgt von den Bullen, weil die mögen mich nicht. Fresse, Gold, Trommel, voll, lass, geht und auf dich. Und damit du bist im Stad dran. Kennt man aber auch die Jungs, oder? Hey, warte mal, das ist doch Divo. Nice. Deswegen waren die auch mit so vielen Autos hier in Köln. Hutblack, genau, 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 ja, 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 wollte ich ja gerade sagen, kennt man doch die. Frauenarzt und Divo waren das, genau, ja. Mein Glück, ich laufe rum, wo ich will, mache Stress, mit wem ich will, hab was Echtes in der Tasche und verletz dich, wenn ich will. Drück aufs Gas und überfahre dich mit 100k im Halt. Aber ich brauche, sondern krass dich doch nicht. Auf der Maske ist so brutal mit den Knochen, ne? Wenn ich will, wenn ich will, wenn ich will, ist auf die Knochen, wenn ich will. Köln! Ach ja, was ich auch noch sagen wollte, ne? Real Talk, Alter. Das Cover ist ja wohl mal heftig. Ohne Scheiß. Das Cover ist ja auch geistesgestört, ne? Boah! Wenn ich will, pick ich mal bis auf die Knochen, wenn ich will. Wenn ich will. Da hat man Raff gehört, was? 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 Echt? Noch weiter vorne? Wenn ich will, pick ich mal bis auf die Knochen, wenn ich will. Huuu! Huuu! 2010 von Raff. Wenn die Zeit vergeht, pick ich will bis auf die Knochen, wenn ich will. Wenn ich will. Bones, wenn ich will, gab es früher auf High und Hungrig. Das ist von Raff, sag ihnen zwei. Ja, ist mir auch egal. Sollen sie doch alle machen, was sie wollen, Alter. Das klang geil. Das kam mir halt nur bekannt vor ein bisschen. Aber ist doch scheißegal. Ich freue mich aufs Album, ja? Ich freue mich aufs Album. Let's go. Let's go. Nächste Woche. Also. Okay, jetzt. wmother.